Man sieht seine Zähne, ne? Okay. A little bit of laughter saves the day. Super, sehr. Jawoll. Die erste Sekunde war hart. A little bit of laughter saves the day. Auf geht's Dortmund kämpfen und siegen. Warte. Nicht schlecht. Jawoll. Hea BVB, hea BVB, hea, 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 hea BVB. Musst du auch nicht lachen? Warte. Hea BVB, hea BVB, hea, hea BVB. Wenn der Platz vereist ist. Den Schmelzer. Okay. Was schickt ein Schiedsrichter aus dem Urlaub? Gelbe Karten. Der war okay. Welches Geräusch macht die Armbanduhr von Fußballern? Tiki Taka. Tiki Taka. Der war gut, der war gut. Okay. Warum kann Emma so gut rechnen? Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigt. Wie nennt man einen Computerladen am Meer? Ein Surfspot. Okay. Warum nehmen Fußballer immer einen Ball mit zum Flughafen? Weil sie da ihre Pässe zeigen müssen. Na, geht. Hätte ich auch ein bisschen lustiger erzählen können. Bist du bereit? Man sieht seine Zähne, ne? Das kommt jetzt. Breit? Ich denke, ja. Das steht dir aber nicht schlecht, ne? Es geht. Bist du bereit? Ich denke. Sicher. Boah, Daniel, du hattest das bei mir so schlimm aus. Boah, das sieht wirklich schlimm aus. Nicht schlecht, ne? Wir sind cool gewesen. War's das? Das war's. Dankeschön. Gerne.